So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ghost of Tsushima. So, hallo, 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 hallo. Oh. Nein, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Holy. Sind das viele. Die. Wohoo! Oh, 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 oh. Oh! Oh, 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 oh. Ich habe mich doch richtig gesehen, dass da was ist. Ich habe mich doch nicht gesehen, dass ich mich nicht gesehen habe. Oh, 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 oh. Geh! Nein! Nein! So wird ich das nicht. Das ist ein geiles Quest. Oh! Die Schreitze! Was? Einen Banner fehlt noch? Und der Lager, General. Wo ist das Banner? Lager! Na, mich das über Sender. Und dann kümme ich mich später. Was? All das ist am Schiff. Das ist ein Schiff. Das war's für heute. Da ist das letzte Banner. So, jetzt du. Oh. Alter, wieso brennt das nicht? Na gut, dann nicht. Ich dachte, das kann man die Luft jagen. Alter. Oh, kann man eh. Woah. Woah. Ja. 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 Wenn ich das Schwarzpulver der Mongolen in einen Tontopf fülle und anzünde, hätte ich eine Wurfwaffe. Das ist gut. Oh, bravo. da kann ich nicht schnell reisen da ist ein Fragezeichen da reisen wir hin hoppala so ich weiß der wind geht hier auch aber machen das hier ja Was ist das? Hm. Reuter. Das wollte ich nicht. Schnell. Es ist schrecklich Herr. Sie roden unseren Wald um ihre Schiffe zu reparieren. Wo? Ein Holzfällerlager nahe der Ostküste. So, zu diesem Ort gehen wir noch. Hm? Kann ich nicht aufgeben. Schnell Zora. Höhe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020